Sind Valentina Parde und Rore Gislason wieder vereint? Bis vor wenigen Tagen heißt es, die Schauspielerin und der Ex-Profi-Fußballer gehen getrennte Wege. Promiflash liegen jetzt allerdings Bilder vor, die ganz und gar nicht nach Trennung aussehen. Wir erinnern uns zurück. Während ihrer Teilnahme bei Let's Dance treffen die beiden erstmals aufeinander. Schon damals munkeln Fans, dass die einstigen Konkurrenten mehr als nur eine Freundschaft verbindet. Ihre vermeintliche Beziehung halten die Schönheit und der Hottie anfangs jedoch geheim. Im Sommer dieses Jahres wird das Duo dann immer wieder gemeinsam in der Öffentlichkeit erwischt. Unter anderem von einem Promiflash-Insider, der die beiden mitten in Berlin entdeckt. Dabei sollen die Turteltauben nicht nur äußerst vertraut wirken, es fällt sogar ein Kuss. Ob sich die zwei spätestens ab diesem Moment gegen ihr Liebesversteckspiel entscheiden? Ihre Community ist sich jedenfalls sicher, dass das heimliche Turteln bald ein Ende hat. Immerhin sind Valentina und Rurik im November bei der Let's Dance Live-Tour dabei. Regelmäßige Proben und gemeinsame Auftritte gehören also zur Tagesordnung. Dann folgt die traurige Nachricht. Eine anonyme Quelle ist sich sicher, zwischen Valentina und Rurik ist alles aus. Demnach zieht der gebürtige Isländer den Schlussstrich. Doch entspricht die Aussage der Wahrheit? Promiflash hat Schnappschüsse, die das Gegenteil beweisen. Seite an Seite schlendern Valentina und Rurik am vergangenen Montag die Königsallee in Düsseldorf entlang. Von einem Liebesaus fehlt jede Spur. Die Blondine hakt sich sogar liebevoll bei dem Sportler ein. Ein Augenzeuge beobachtet die beiden am Nachmittag ganz genau. Wie man auf dem Bild unschwer erkennen kann, waren die beiden schon sehr vertraut. Beide sind dann weiter Arm in Arm die Kö entlang. Ein überraschender Anblick ist vor kurzem doch noch von Trennung die Rede. Daran glaubt die Mehrheit der Promiflash-Leser aber offenbar ohnehin nicht. Wie eine aktuelle Umfrage zeigt, sind rund 73% der Teilnehmer gar nicht überrascht. Sie sind sich trotz aller Gerüchte sicher, dass Valentina und Rurik weiterhin ein Paar sind. Auch via Instagram finden sich einige Kommentare unter dem Beitrag. Also mich würde es definitiv freuen. Ich mag sie beide, ein sehr hübsches Paar. Vielleicht wäre es gar keine schlechte Idee, eine Trennung vorzutäuschen. Dann hätten sie ihre Ruhe und könnten ihre Liebe genießen. Ein anderer Nutzer zeigt sich vom angeblichen Hin und Her allerdings genervt. Ich gönne jedem seine Liebe, aber diese Spielchen sind nicht okay. Dann müssen die beiden sich nicht wundern, wenn es böse Kommentare gibt. Vielleicht ist Rurik und Valentina aktuell aber auch vollkommen egal, was ihr Umfeld denkt. Es sieht jedenfalls ganz danach aus, als würden sie ihre gemeinsame Zeit in vollen Zügen genießen. Und wer weiß, vielleicht melden sich die beiden in ein paar Tagen ja doch noch selbst zu den Spekulationen zu Wort.